Mein Name ist Birgit Meier und ich leite die Oper Köln, die zurzeit im Staatenhaus zu Hause ist. Was mir im Moment am meisten fehlt, das sind meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Publikum. Das wunderbare Kölner Publikum und es ist das Höchste der Gefühle, nach einer Vorstellung an der Seite der Bühne zu stehen und zu erleben, wie die Leute sich freuen, wie sie klatschen, wie sie Bravo rufen, wie sie manchmal vor Freude aufspringen. Und genau, dass das bald wieder stattfindet, dafür tun wir jetzt alles. Und ich hoffe, ich kann Sie alle im September hier wieder begrüßen und sagen, Vorhang auf, die Oper spielt!